Hallo, heute ist der 11. Dezember. Heute machen wir das Türchen auf. So, das war da drin und das gucken wir uns gleich von nahem an. So, das war hinter Türchen Nummer 11. Es ist wieder so ein Anhänger für die Kette. So sieht das Teil aus. Nachher, wenn die Kette vollständig ist, werde ich es euch auch mal zeigen. Ich nehme mal an, da kommen bestimmt noch mehr solche Teile. So, das war jetzt dies Video. Ich hoffe es hat euch wieder gefallen und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.